Anpacken ist sein Ding. Marco Höger, einer der immer die Ärmel aufkrempelt. Auf dem Platz über Ostern war es er. Eigentlich ganz ruhig mit der Familie, ein bisschen abgeschaltet. Und durch die zwei Tage frei hatte man dann auch wieder ein bisschen mehr Zeit für die Eltern und für die Freundinnen. Daher habe ich das ganz ruhig zu Hause verbracht. Und so richtig klassisch mit Eier suchen oder ist das nicht mehr angesagt? Ne, ne, das war früher mal, da habe ich mich gefreut. Aber jetzt, glaube ich, wird mir keinen Gefallen tun mit Eier suchen. Dienstagmorgen war es aber vorbei mit der Ruhe. Trainer Jens Keller rief, aber nicht alle konnten kommen. Höwedes wegen Grippe, Metzelder, Jones, Obasi wegen diverser Verletzungen. Gut, dass Marco dabei ist, drei Tore und elf Assists in seinen letzten Elfbundesliga einsetzen. Ja, klar, ich versuche jetzt immer mehr Torgefahr auszustrahlen und habe einen guten Schuss. Und ja, drei Tore sind eigentlich noch zu wenig, aber durch die Verletzungen habe ich auch einige Spiele aussetzen müssen. Aber ja, ich freue mich natürlich, dass es jetzt wieder mit einem Tor geklappt hat und ich versuche dann noch ein paar nachzulegen. Die Verletzung kostete ihn die halbe Vorrunde. Trotzdem war seine Unterschrift im Januar besonders bei Horst Held begehrt. Den Vertrag habe ich ja nicht umsonst verlängert. Ich bin froh und stolz, auf Schalke spielen zu dürfen und will das auch noch weitere Jahre machen. Mindestens bis 2016. Ob als Rechtsverteidiger oder auf der angestammten Position im zentralen Mittelfeld, auf Marco ist Verlass. Prompt fragen ihn Pressevertreter nach seinen Träumen. England oder lieber Spanien? Wenn man dann ein paar gute Spiele macht, dann kommen so Themen auf. Aber wenn man ein paar schlechte Spiele macht, dann sitzt man gerade bei einem guten Kader bei uns auch mal schnell wieder auf der Bank. Und dann redet keiner mehr über einen. Aber ja gut, da beschäftigt man sich eigentlich nicht so sehr mit. Ich bin froh, hier zu sein und spielen zu können und jetzt mittlerweile meine Tore machen zu können. Und das freut mich. Die einzigen Träumereien vom Ausland gehen in Richtung Europapokal. Ohne die englischen Wochen kann das Team jetzt auf jeden Gegner intensiver vorbereitet werden. Durch die Spiele unter der Woche konnten wir natürlich nicht so intensiv trainieren. Aber jetzt wird das Dienstags vor allem. Dienstags und mittwochs haben wir dann schon intensivere Trainingseinheiten, wo auch mehr im taktischen Bereich gearbeitet wird. Das konnte man natürlich mit Spielen unter der Woche nicht so sehr. Darauf wird jetzt Hauptaugenmerk gelegt und wir gucken, dass wir in den letzten sieben Spielen jetzt so viel wie möglich Punkte holen. Nummer eins von sieben, Werder Bremen. Vielleicht wird es ein ähnliches Spiel wie jetzt zu Hause gegen Hoffenheim. Aber wir wissen auch, dass Bremen eine gute Mannschaft ist, die zwar nicht so gut dasteht im Moment, aber durchaus gute Spiele in ihren Reihen hat und ja auch Topleistungen abrufen kann. Und dafür werden wir gewaffnet sein. Und Marco Höger wird seinen Teil beitragen auf immer höherem Niveau.